Oh! Er rafft sich? Oh! Kann er in nem Eck sein? Ach, Digga, ich komm nicht klar auf Third Person, man. Third Person, Alter. Bruder, aber wie sehr kann man das Try haben? Hohe! Hohe! Wo ist der? Genau dort auf meiner Leiche. Er stand genau auf meinem Kopf. Rechts in der Ecke. Steht er bei der Leiche Wahrscheinlich wieder in Sneak und Bösserung. Direkt rechts jetzt. Nein! Akula 999, Junge. Das war's für dich. Bitte diese Position, Mann. Lächerlich. Lächerlich. Ich becher mich weg. Aber trotzdem, wir haben bis jetzt der Dato eigentlich ganz gut gespielt. Das ist noch ein paar Ausnahmen. Das ist halt unlucky, dass ich komplett obere Stockwerk luke und da liegt keine Waffe rum, ne? Unlucky, dass wir diese letzte Runde nicht geholt haben. Das hätte echt unser Sieg sein können. Boah, wie ein Bot gespielt am Schluss. Ja, aber ich bin mit dich reingesprungen bist du einfach. Nein, ich bin nicht, ähm, ja, schwer zu erklären, Alter. Ich bin von dem Gebäude gefallen und ich hatte dort keine Deckung. Ich wollte dann halt runter. Ich hab's gesehen und dann bist du direkt in drei Leute rein. Es wär ja auch gut gegangen. Ich wusste nämlich, dass zwei dort rechts sind. Einen hab ich von denen gekillt und der andere war mit dreier Helm und so. Sohn hat anscheinend kein Damage gemacht, wie auch immer. Neue Runde, neues Klick, meine Damen und Herren. Ich hab nichts gehört, nicht ein Step, weil die ganze Säcke geredet worden ist. Hä? Ja, nachdem ich da schon in der Tür war. Nein. Oh nein, ich hab die da. Herr Jakob, der ist heute nicht so gut drauf. Ah ne, bin ich auch nicht, weil mich das voll aufregt. Was? Ja, entweder sterbe ich ganz am Anfang oder ich stehe am Ende alleine da. Entweder ist er der Schlechteste oder der Beste. Ja, genau. Ich muss mir jetzt mal alle runterstellen von der Lautstärke her. Ich weiß, egal ob ich euch höre oder nicht. Gleich so, waaat? 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 Ja, ja, ist mir scheißegal, ehrlich. Waaat? Diese Map, Alter. Ich weiß, Adi, du magst diese Map. Du doch auch, oder nicht? Es geht. Ich weiß, du hast den Kill-Record aufgestellt. Fein, ne? Ja, Kill-Record. Was ist ja eigentlich Kill-Record? Hat hier schon mal jemand 40 Frax gemacht? Hat Shroud auf der Map gemacht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Shroud ist ja, Shroud ist ja auch nicht der beste Publischspieler. Nicht? Nein. Wer hat ihn überholt? Einen Chinesen. Irgendwann ein Chineser. Ja, aber die Chinesen sind krank, Alter. Die kannst du gar nicht fehlen eigentlich. Ja, die sind immer am besten in allem, Alter. Einmal tryharden sind sie immer die Besten. Das hat damit nichts zu tun, Alter. Die sollen auch ihr in Server spielen. Die Server sind zusammengelegt, mein Freund. Das ist ja das Schlimme. Deswegen haben die manchmal auch einen Ping von 9000. Du triffst die nicht, weil die Schüsse einfach nicht collecten. Ja, und wenn die jetzt nicht hier wären, Alter, dann hättest du gar keine Member hier drauf, Alter. Ja, warum denn wohl? Weil das Game noch nicht so lange draußen ist und noch keine große Mitgliedschaft hat. Ah ja, okay. Ich hab mal los, Alter. Erst mal Berlin, Alter. Das ist, wenn man das Spiel kaputt patcht. Sämtlichen Scheiß. Und mich die Cheater da rauskriegt. Ich hab auch mal Geld zu investieren in ein vernünftiges Anti-Cheat-Programm. Brandon, was los? PUBG hat auf jeden Fall viele Trends einfach verpasst. Und hat halt relativ früh versucht, schnell Geld zu machen mit dem Game. mit kisten und co das war der fehler aber das klappt auch immer noch es gibt genug leute aber das problem ist danach waren das hat kein bock mehr so das mag schon sein das 20 war verdient von dem was er ausgegeben haben ist das nächste game nach dem motto wir sind doch schon dran an dem nächsten wieso bin ich jetzt hier hängen geblieben alle alle haben ein bisschen hochgetan bäh ah man bäh bäh c4 der nächste der durch die Tür kommt die habe ich nicht in die Luft alter Aua uh runter kommen der wird ARI hier Uzi ARI voll gemoddet voll geil weißt du doch uah zeig's dir zeig hier bei mir hier noch da noch überall alter vorne liegen überall Uzi's rum wo ist die Mods denn ja aber wo sind die Mods oh hier ist eine Winnie geht auch rein oh das Teil wo sind die Mods sagt er alter er ist voll verwöhnt ja ha 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 Ach das war schön. Aber gerade richtig Gas gegeben. Oh nein, Verbände. Weg, 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 weg! Oh, ich bin nicht mehr. Oh, was ist das Stockwerk? 355. Info, Info. Was hat er gesagt? Ah, lass mich hier runter. Der hat doch gesagt, wo ist der Problem? Jagd in die Luft, pass mal auf. Wo die da raussteh, Jungs. Toi, toi, toi. Was geht, Heidren? Was frisch? Weg, 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 C4. Weg, 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 weg. Ich bin doch gar nicht da, du. Weg, weg, weg! Das bombt sich weg, ich sag's dir. Ich schwör's dir. Er muss halt selber die Erfahrung haben, würde ich sagen. Guck's dir an, guck's dir im Stream an, Alter. Das ist krank, das Ding. Einer sprintet nach links. Ja, weißt du was? Als ob? Ich war halt echt in Deckung. Das tut mir leid, Alter. Hä? Das hol ich eben Gebäude weg. Toll? Okay, das hab ich nicht gedacht. Ja, dann musst du uns auch noch mal vertrauen, ne? Würdest du sagen, geh weg. Ja, also ich mein... Äh, 305 auf andere Straßenseite gegangen. Bro, Alter, irgendwas grenzen, Mann. Boxhalle. Hotelgebäude hinter uns sind wir noch. Oberstes Stockwerk, ganz linke Fenster gerade gewesen. AKM hier oben, Adi. Brauch ich's nicht. Brauch's nen Booster? Ja, das schon. Ist egal jetzt. Der glaubt mir nicht, Alter. Nee, hat er auch kein Stück geglaubt, ne? Nee. Ja, ich hab ihm schon geglaubt, das dreist ist. Aber nicht so, Alter. Reicht. Und ich hab da schön gestanden und hab gedacht, das guck ich mir in Ruhe erstmal an. Und ich guck so in den Stream, okay, David hat's drauf. Läuft. Könnt ihr jetzt leise sein, dass wir ein bisschen was hören, oder... Kann ich mir Musik im Hintergrund laufen lassen. PSS. Hier. Oh, Wischel. Wo war das? Im Hotel gewesen sein. So. Der Flasch gibt's den nicht. Ich hab's geplatzt. Nevermind, ich lebe. Oha. Er hat so legit das schlechteste Aim. Ja, ist drügegeben. Da, drei, fünf. Der ist hinten raus. Der ist hinten raus. Der ist hinten raus. Hallo. Hi. 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 Ich hab sogar'n Hände geschenkt. Da hat einer T4 gut drangemacht. Der guuuuut. Hier, hinter dem Zaun hockt er. Ich hab ihn gespottet. Oha. Was passiert hier? Ich brauche hier mal Support. Ach, Mann. Ach, ja. Leck mich doch am Arsch. Ich hab doch kein... Ich brauche hier mal Support. Ich brauche hier mal Support. Josh nein! Oha. 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 Hornst du immer noch, oder? Oha. 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 Oha, was ist denn? Super Ja, wir können nicht rausholen Eine Sekunde Autsch Noch einer? Ja, Mist, Mist, Mist Oh Junge, danke Fuck Josh, du lebst? Ja, ja, ich hab den hier geholt Sehr gut, oh mein Gott Habt ihr beide da drin geholt? Ja, ja, ja Du bist da hinter mir? Immer noch, Hotel Einer bei uns drin Nee, das bist du, okay? Ich decke euch mit meinem Live die Teppe Junge, Junge, das war knapp, ja Oh, der hat doch deinen Lebensschulze zerrippt Der hier hat noch so Stuff, ne Brauchst du einen Achter? Hier Hier Da pusht was uns Über Norden Ich seh keinen Ich seh einen Ich seh einen Äh, ist bei 30, hinter dem orangenen Schnell 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 Ist ein Bot gewesen Hat eine K98 aber gehabt Was? Reist, Typ Panu Gutschau, Alter Ja Hier, dieses Game hat das ein komisches Move Ja Ja Jedes Mal dieselbe Scheiße, ey Hahahaha Vor mir Kurz warten Kurz warten Hey, 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 hey Was ist denn vor dir? Ich bin tot Josh hat den Hops genommen Ja, Mann Erweitert, schnell wechseln Adi Brauch ich, ja Ganz unten, ganz unten, ganz unten, ganz unten Uff, das war Nummer 3 War doch keine K98 Schau Ah, er hatte nur eine Winchester Ich hab mich schön trollen lassen Der baited Du hast eigentlich Maid gestorben Hier, oder? Hier ist ein 6er Scope, Leute Hier ist wieder Wheelies, Alter Oh, eine Barrel Go, go Da ist es, da ist mein Bike Ich muss Wheelies ziehen jetzt Die haben ein Cross-Bike reingebracht, Adi Ja? Man kann mich mit den Wheelies ziehen Und so auf Hinterrad fahren Und so'n Scheiß Tank Guck mal, guck mal, guck mal Pass auf Adi, komm mal her Pass auf Och, komm Siehst du mich? Ja, Mann Ich wollte deinen Reißen zerpflatzen Das ist fast kaputt, das Ding, Alter Ich weiß Ey, ich Junge Okay, wohin? Wohin mit uns? Ging 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 Wohin? Wohin? Ging 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 komm lass mal offensiv gehen so der mate wartet meine karre alter wohin gehen wir? erst mal heilen 41 am leben die frage echt wo können wir hin? gehen erst mal hier hin wo wo wo? okay geld süd west erst mal boosten ist doch hier irgendwie letztes mal mein dings gebeindet das war doch auf home oder? war auf end? naja auf end geil ja hab ich auch erst mal hände reiben nur mal nen block auf meiner tastatur äh halbe tastatur Jakob wie geht's dir? besser das ist nett das ist nicht so gut wie die aufnahme nicht provozieren jetzt den burschen da kommt ne bombenzone auf unseren nacken bros erst mal rin in die hütte hier ah ne komm wir rennen weiter das gucken wir vielleicht noch ich brauche unbedingt nen kompensator oder schaldeck eins von beiden hier ist ein first aid kit falls noch jemand braucht und nen sechster scope oh ne k ne k ne k die will ich heran hier ist ein erweitertes schnell wechsel ar hier ist ein erweitertes schnell wechsel ar wo geht der shop drop hin oh auf den nacken alter ah no aber ich glaub die fahren dahin wollen wir dahin und abaimen? wollen wir dahin und abaimen? ich hab ein motorrad irgendwo Richtung Norden gehört dachte ich ja lass mal dahin und abaimen willst du Adi? was denn? dahin und abaimen? ja ich warte nur auf euch ich bin ready ich hab viel und so und so ich wollte dir noch nen kompensator AR geben das wär premium und munition noch 100 Schuss geht nicht geht echt nicht hey ging das nicht immer mal? ja Fahrzeug Fahrzeug er verscheucht wo ist Adi? wo ist Adi? das brauch ich nicht ich hab nur 762 und 39 da ist ein party bus ein hippie bus ja sollen wir party fahren mit dem bus oder was? dann sind wir schneller zu fuß weiß es nicht oh ich seh den airdrop von hier ja den sieht man auch der ist direkt neben uns rechts 3,55 3,55 oh der radio sind nochmal da ist auch noch da fährt jemand mit nem party bus direkt voraus ah ne ja warte mal das war hinter uns oha nice sounds wir haben auch andere sound probleme mit diesem spiel komischerweise sind am airdrop open ok let's go fahrt los fahrt los lasst mich ich hab ne car fahrt fahrt greifen von zwei seiten da ist ne ridge die sind die sind die gehen zum auto wieder raus 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 schneller hinterm auto headshot 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 ich hab hier headshot gedrückt vor allem liegt hinterm auto riechen die anderen körpern sind rechts am buggy au jo alles klar aua alt zieh dich einfach zurück nein 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 schien gekippt war schon mal down die pushen die pushen die beide lost hahn ho hinterbus 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 gen die rechte position und weg nein nein kommen wir laufen zu der halle ja was zum teufel ist sein problem was haben sie für ein aim krotzer im bus jetzt einer pusht einer looted einer pusht Kann ich stay? Ah, die ist in Fight, ok Was? Fuck Fuck Ja Zum Glück macht diese Waffe Damage Das wird die einzige Waffe, die richtig Damage macht 2 auf meiner Leiche, Adi Hinter dir links Mhm Fuck Einer 3er, also nicht 3er Da vor dir, nicht los, am Berg Links, links Nein, er ist nach rechts gelaufen Das steht doch an ihm Da Der Helm mit der Bursche Oh nein, 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 nein Aber er hat noch mehr Er Regi Und wo auch immer Schön weggebratzt Und wo auch immer David, 22 Negativ Bitte? Negativ Also jetzt bei ihr Amt, oder was? Mhm Würde gerne, aber Würde gerne, aber Die sind auf jeden Fall nicht sauer, die beiden Ich hab so schlimme Hips Das Ding, einfach so Also das darf ich schon sehr merkwürdig aussagen Das ist mal so, aber vielleicht Es ist auch weh, nur die sie kämpfen Aber auf dem 3er, auf dieser Range Also das war okay Das war legit Ja So Ah, das hat Spaß gemacht Josh, was machst du? Keine nicht So Sag was So ihr Lieben, an der Stelle Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen Gerne wieder demnächst Und ähm Ja, würde sagen Bleibt zapfer, bleibt dran Und ähm Ja, wir haben jetzt erstmal Ein paar Runden im Papi gespielt Das war heute Auch eine gute Runde dabei Vor allem besonders Da, wo wir vor dem 2. Platz geworden sind Ja, aber danach Aber eigentlich nur noch reingeschissen Und ansonsten, ja wie gesagt Sind wir gerne wieder am Stiesel Und zwar am Donnerstag Wir freuen uns schon sehr Und äh ja Bleibt auf jeden Fall gesund Stay safe Und äh Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dahin, reingauern und schau mit vor Und tschüss So Wir sehen uns dann Eingau Wir sehen uns dann Wir sehen uns dann